ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play minecraft hier auf unserem kanal im moldgaming mit mir dem timmy und moritz und luca vorhin ja was geht ihr süßen no homo bitte ja immer immer nur homo so timmy begegnet schön mit meinem neuen kennenz-everdien-Skin ja genau, hab ich schon gesehen ich kann nicht mehr mehr spründen ich hab auch keinen plan, was ich zuletzt gemacht hab, Gesundheit ich hab keinen plan, was ich zuletzt gemacht hab ich weiß genau, ich hab meinen plan schon ich weiß, dass ich im Keller noch umbauen wollte ey, ich weiß, ich hab meinen plan schon road to die mich hat ja das so geärgert ich auch, Moritz und das hier unten das Wasser in diese Richtung läuft, weil dann wenn man immer was abfarmter fällt, dass daran schwimmt, da hinten muss man da hinten hin reinspringen, das rausholen und dann wieder gegen den Strom schwimmen, das macht keinen Spaß deswegen drehen wir das Spiel jetzt mal um packen das Wasser dahin kommt das ganze nicht schön, alles hier rüber gespült so, haben wir doch auch was zu sagen, so, allgemeines Thema oder nicht pff, kein plan wer ist denn in meinem Haus? alter, wer ist das? super mit seinem neuen Skin Cristiano Ronaldo mh, genau ich hab Redstone wärst du gerne und wenn ich auch kommst du was mit dem Keller? ja, ey ähm nein ha so, ich bin durch mh, ähm Luca, hast du ein Schwert? nein auch den Schwert? hast du eine Spitzhacke? auch wär ein Schwert? welche? auch wär ein Steinschwert? wär jetzt dafür, dass wir gerade mal kurz in diese Mine da gehen ja, warte in den Canyon wär jetzt mein Vorschlag oh Gott ey, da wollt ihr jetzt rein mit mir, soll ich da mitkommen? kannst du, wenn du willst, aber ich wär jetzt aber ich würd' auch alleine gehen, also ist jetzt nicht, aber hat jemand was zu essen? da Luca das ja mal angesprochen hatte ich hab' ein Brot oder hast du noch mehr für mich? oder so? für dich nicht ein Brot mh au verdammt, jetzt hab ich's direkt mitgenommen nein Klaus, ich hab' ich noch einen von wem? von dir ja, ich hab' doch gar nichts mehr du hast ein Brot ich hab' ein Brot ja, in meiner Hand oh man mh das nehm' ich selber aber warte, du hast hier noch verrottete Fleisch ja ganz gesund mit gar nicht gesund, Willi krediturgerecht echt ja wo bist du denn? ich bin schon da unten so halbwegs drin uh ich bin auch da hm ich hab' mir grad schon mal so ne kleine Plattform gebaut um hier halbwegs sicher reinzukommen die Frage ist, wie kommt der jetzt da runter? ich weiß, wie ich da runterkomme ich weiß wie ich da runterkomme Moin Enchartement Table richtig du kannst auch runterspringen, Luca das wird nicht schlimm Enchartement Table heißt das, ne? sicher, dass ich das überlebe? wie kann man die bauen? also ich hab's überlebt und ich hatte mit vollem Leben natürlich, ne? kann man die bauen? guck auf der Wiki nach hab jetzt auch grad nicht im Kopf ja, wollt ihr auf dem Handy machen gleich Crafting Table mach ich nicht so oft mach ich das so nebenbei gleich? ich bin Profimäßig aber ja guck ich dann gleich mal, wie ich das mache in die andere Richtung ja, nochmal zum Thema allgemeines Thema ha, Wortspiel ähm Berlin wir waren jetzt ja in Berlin auf Klassenfahrt richtig da können wir vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen einfach so Luca wollte anfangen, hab ich gehört ne Herr Timi, was hast du denn so erlebt in der Zeit? ja, also ähm, wie soll man das jetzt sagen? also erstmal sind wir natürlich hingefahren hey, wer hätt's gedacht? ich mit dem Zug ICE nach Berlin und S-Bahn und mit der S-Bahn und mit dem ja oder sonst was mit der U-Bahn sind wir auch kurz gefahren und Straßenbahn sind wir da gefahren und alles mögliche bis wann wir jetzt nicht da waren am Neuendorfplatz im CVJ im Gästehaus dann haben wir da eben geschehen geschehen du bist nicht passiert und uns alles mögliche in Berlin anguckt Sehenswürdigkeiten er hat einen Kram, den es einem gibt gibt's ja wirklich viel ist ja richtig viel in Berlin ist ja unbedingt Sehenswürdigkeiten das ist wirklich sehr da naja, es gibt natürlich auch andere coole Sachen da die wir jetzt nicht besucht haben aber zum Beispiel das Meltdown das Dungeon ist cool ja, da war ich nicht drin muss ich sagen ja, du hättest alles gehabt, ne? da hast du dich nicht getraut aber es war mir zu grusel ich hab mich echt nicht getraut ich bin da nicht reingegangen jetzt dürft ihr gerne mal alle in den Kommentaren über mich lachen aber ich bin da nicht reingegangen ich war während die anderen im Dungeon waren im Sea Life mit zwei anderen Mädchen uuuuuh ey, was heißt jetzt zwei andere erstmal und außerdem waren es drei Mädchen aber egal ja eben mit dir ja, drei Mädchen und ich waren es also ey, wer denn noch? Malena? ja ja ja, ist doch egal ist doch nur ein Vorname wow, oh, oh Luca, hast du das gesehen das Loch hier? ja, klar ich bin stark dafür, dass wir da reingehen pass auf, da unten sehe ich einen Creeper verarschen, ey ich grab hier schon ich wollte jetzt hier unbedingt, ne? jemanden finden das geht jetzt hier nicht mehr oh, hier sind 30 Milliarden Monster ach, so viele wow, Creeper ey, du Arsch 30 Milliarden ist schon ein bisschen übertrieben oh, noch einer Alter Schwede ha ja, wo ist die Spinne? ach, ich spinne die Spinne fährt Fahrstuhl hahaha geht das an, die Spinne fährt Fahrstuhl wo ist sie? da oben ja, weiß ich aber schon mal xp wo ist sie denn? Riga Miner, ey der Mann, ey ich kann mich einmal ich hab mir jetzt jemand hier ist nämlich schon ein Flint oh, da ist mein Redstone wo soll das hier Lava scheiße da hab ich mich gerade so voll gefreut dass der Redstone ist meistens was Gutes das wisst ihr alle alle Minecraft Profis und vier Redstone ok guck mal aus Eisen ist Redstone oder Diamonds alter geh da raus du gar so kann ich nicht ja vielleicht sind sie auch äh Goldbarren aber keiner hin mir zu mit keiner Rede mit mir aber ist ok ja wir sind gerade konzentriert dass die LAPIS 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 ja wo kommen wir denn hier oh hä ich komm mir gar nicht jetzt hoch was das für ne scheiße so und jetzt du scheiße hier ist noch Eisen hier ist irgendwas warum baust du keinen Rohstoff ab oder? ah scheiße hm warum baust du nix ab? ja willst mir was ja ich hab hier grad schon Eisen und wirst so Eisen nicht ich brauch Eisen wow 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 ja ich hab auch Eisen ah komm ey ich bin ja auch noch so ein die ganze Zeit nur unter und raus ich bin ja auch noch so ein da ist Eisen da ist Eisen da ist Eisen wir nehmen jetzt seit 9 Minuten 15 auf mit dem Fraps fail vorne weg weil Fraps das mal nicht gefunden hat in denen es zu speichern sollte muss ich die nochmal wieder umstehen weil die Excelen Festplanner nicht dran waren pöpöp mein Fehler und ähm also jetzt vielleicht fünf Minuten oder sowas nicht Baby Zami nein ich hasse die ich kann hier noch jemanden finden in dieser Zeit ach du scheiße ich will jetzt ein Pech haben nein 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 Scheiße Luca sammelt mein Kram mit einfach nicht mehr Ah genau äh apropos sterben der wird vorgenommen nicht mehr zu sterben gar nicht mehr er ist nicht mehr sterben ne Scheiße ich muss man sterbe nicht mehr so was man kommt ein halbes Leben ja acht und zwei ich bin grad schon gestorben weil ich jetzt er hat sich gekämpft hat jungs hin immer so an mehr nein was kommt jetzt wieder ja Skelett Finicum schreibt oh Gold lalala 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 das startet redstone genau wo ist mein Helm mein Helm ist weg das wäre lustig okay wir sollten mal das Wasser hier weg machen glaube ich das nervt komm hier müssen irgendwo Diamanten sein alter ich weiß so weißt ihr es wollt Diamanten hier sind so viele Rohstoffe die ich gerne abbauen würde Kohle und Eisen und alles oh nice krieg ich das Wasser nicht weg oh 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 Diamanten Diamanten wow 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 Diamanten ja ich hab's gesehen aber hier war ein Garten und ein Küper lalala und wartet mal was ich noch gefunden habe richtig eine Mine eine Mine ja wir haben ja auch was Großes oh mein Gott ok hier kommen schon die ersten Gena Jungs hey ah für mich ist die Spanner jetzt hier schön ein Spanner oh und hier sind hier sind hier sind hier sind eine Spinner zwei Spanner ein Spanner oh nein geht schon los hier mit dem Teil schafft größteres nicht mehr zu sterben gerade hier beim Spann-Spawner und wieso genau bin ich jetzt hier am Spann also es wird ein spannendes Teil würde ich mal sagen hier würde ich mal so sagen würde ich auch sagen weil hier waren gerade zwei Skaletsche eine Spinne und ein oh Gott auf einmal kommt da noch einer raus Luca ich teleporte ich mal einen hier ne ach komm das ist doch easy going das ist ja nichts für mich komm ihr könnt aufhören hier was ist das hier oh ich laufe und denken dass ihr seid hier ey wo müsst ihr denn jetzt hin ich seh dich nicht wo bist du ja aber ich hab schon oh geil Spannung ist echt schnell du bist unsichtbar mach das doch weg du Idiot Mann ich will dir doch gehen Schienen auch noch abbauen wie bist du ich seh dich nicht mal ein kleiner Schienenabbauer warte muss ich hier ich seh hier gar nix ich seh hier gar nix wieso siehst du eigentlich ich seh dich nicht ich seh dich nicht hol ab hier Alter warte mach ich mir gleich leider äh Temu die ganze Serverliste von mir ich weiß aber nein noch ein Skelett ihr habt doch gesagt da sind zwei also zwei Creeper und ne Spinne der Creeper der Creeper kommt der Creeper kommt deine Sachen hab ich größtenteils bis auf die Fackern hab ich deine Sachen jetzt kommen wir wieder rein Junge da kommt ein Creeper dann sterb die ganze Zeit ey bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal